Krass, das ist auch Standard. Ach, Mensch, Golle, das ist ja genau richtig stationiert. Na, warte, gib euch mal ein bisschen von hinten bergab. Bergab? Ja, gib dir Bergab. Alter, was ist denn so ein Dittchen für die Schokolade? Sieht aus wie ein Schimmel. Ich frisst auch gerade so richtig eklige Schokolade, Alter. Warum frisst du die denn? Na, ich muss ja probieren. Mh... Mh, ehrlich, ich ziehe raus, ne. Warum kommen wir echt die ganze Zeit nur auf diese Scheiß-Map, Alter? Sind wir schon zwei Stunden nicht mehr eklig oder so? Am Anfang sind wir die zwei mal eklig. Ja, jetzt sind wir alle. Okay. Ich bin irgendwie überhaupt nicht mehr motiviert. Ach. Das ist so krass. Äh... 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 Fahrradkette! Och, Mann, ey, hör doch mal auf! Mann, verpiss dich doch mal, Junge! Mensch, du blöder Lack-Affiz, lass mich doch mal durch! Alter, nee! Ich kriege gerade ein 8. Das ist die E, Alter, Mann! Alter, der hat gerade erst die E, hat er geknallt. Nee, aber... Oh, ist das ein Spaß, Alter. Hey, wie kann man denn bei 800 W in 8 absinken? Ja, indem man mit euch zusammenspielt. Ja, dann reiß mal was. Gott, bist du schlecht, Alter. Hier, muss man so auf meine... Ja, los, willst du meinen Account haben, oder was? Ja. Oh. Na, braus. Nein. Alter. Ah, alles gut. Ah, mega, der kommt. Mann, ich muss jetzt hier abhauen, weil der Zertur ja nicht herkommt, siehst du? Ach, der kommt nicht. Alter, ist da. Ach, ey, Alter, manchmal könnte ich dir in den Ritten jagen. Hälfte mal den Jagdtiger. Den mach ich doch. Na, ist doch gut. Ja, siehst du. Sachte Per, sachte Per. Oh mein Gott. Und... Wie? Wie? Mensch, Per, piss dich. Ach, cooli, cool. Ahaha, Tiger ist auch auf die Breite. Nookdown. Nee, siehst du rüber! Machst du denn? Machst du denn? Was sucht er denn da jetzt? Was macht er? Ja, zwei Leute. Alter, was ist denn das für eins? Ja, jetzt fertig, dann macht das gleiche? Ja, jetzt hängt er fest. Ja, das ist ja da. Aber das Schlimme ist es ja nicht. Das war ja GG. Ja, ne. Ich meine, wir sind ein gutes Team zusammen, habe ich das Gefühl. Oder? Danke, dass du mich verwirrst. Ja, er hat 265, schade. Vielen Dank, Colin. Hä? Besser als nix? Besser als 266. Alter, Mensch, das war jetzt der Spruch. Mit deinem Nord- und Südpol warst du auch nicht besser. Was willst du? Mir verjessen, ne? Ich hab das grad nicht verstanden. Na kurz, bitte. Du mit deinem Nord- und Südpol warst du nicht besser. Achso, ja, ja. Sag doch, ich find dich zu besser, ich sprich, als zu... Nee, nee, nee. Kacke. Oh, da wär ich auch gern drin. Man braucht einen Panzer. Ah! Wollen wir alle mal 10 am Edium fahren? Mal gucken, was wir dann so rauskriegen. Ja, ne. Nice! Nice! Oh Gott, jetzt schützt ihr mir! Ah! Ah! Ich drehe dir jetzt schon am Rad, Alter. Alles klar. So, rechts rum, ne? Nö. Wollt angeblinkt. Oberhahn! Ich dachte, erst dachte ich so, niest er jetzt. Dann dachte ich, jetzt kommt er jetzt? Oder jetzt hat er geheult. Wenn er noch zwei Kills macht, haben wir entscheidender Kacktrag. Den hast du noch, Jani. Na, den anderen kriegt er aber nicht mehr. Denn... Wir haben noch zwölf. Das wird so knapp, ne? Muss eigentlich nach der anderen Seite, ne? Oh, stimmt. Ich hab schon überlegt, wo wir denn jetzt sind. Ja, schade. Oh. Knapper sind wir und dann doch zwölf. Ja, sag ich doch. Das ist halt. Ja. Zählt doch. Wir haben's. Jungs! Geil, Leute. Nice! Geil! Nice, man. Alter, wie rasiert. Oh, je. Vor allen Dingen, alle drei stehen oben, Alter. Und ich hab's jetzt sogar aufgenommen, Alter. Geil! Nice! Nice, man. Wax, Junge! Oh! Warte, gleich. Die dringend sind vielleicht, Alter. So, gleich mal, Philipp, darauf geil machen, Alter. Mein erster entscheidender Beitrag. Alter, mein zweiter entscheidender Beitrag, Junge. Ich wollte gerade fragen, ob ihr den schon habt. Aber ich hatte ihn noch nicht. Warte, ich guck mal nach. Oh, wie geil. Amen.